Willkommen zu meinem Review-Video über den LanBlue Handstaubsauger Stark. In diesem Video werde ich Ihnen alles über dieses erstaunliche Produkt erzählen und warum es eine großartige Investition für Ihr Zuhause oder Ihr Auto sein könnte. Also, lassen Sie uns gleich loslegen. Der LanBlue Handstaubsauger Stark ist ein leistungsstarker Handstaubsauger mit einer Saugleistung von 10.000 Pa. Das bedeutet, dass er problemlos Staub, Flüssigkeiten und Haare aufsaugen kann. Egal ob Sie Tierhaare, Hautschuppen oder Schmutz entfernen möchten, dieser Handstaubsauger erledigt die Aufgabe mühelos. Ein weiterer großer Vorteil dieses Handstaubsaugers ist seine kabellose Funktion. Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen, dass Sie über Kabel stolpern oder sich verheddern. Mit nur einem Knopfdruck können Sie den Handstaubsauger einschalten und sofort mit der Reinigung beginnen. Und dank des leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus können Sie den Handstaubsauger bis zu 30 Minuten lang ununterbrochen verwenden. Was den LanBlue Handstaubsauger Stark wirklich vielseitig macht, sind die vier verschiedenen Reinigungsköpfe, die im Lieferumfang enthalten sind. Mit der Bodenbürste können Sie hartnäckige Verschmutzungen aus Ritzen, Ecken und Teppichen entfernen. Der flache Düsenkopf eignet sich perfekt für die Reinigung von Autositzen und anderen schwer zugänglichen Bereichen. Die Borstenbürste ist ideal für die Reinigung von empfindlichen Oberflächen wie Möbeln und die Verlängerungsschlauch ermöglicht es Ihnen, auch schwer erreichbare Stellen zu reinigen. Ein weiterer großer Vorteil dieses Handstaubsaugers ist seine leise Arbeitsweise. Mit weniger als 50 Dezibel stört er nicht die Ruhe Ihrer Familie. Außerdem ist er so leicht, dass auch Kinder und ältere Menschen ihn problemlos verwenden können. Aber lassen Sie uns nicht nur über die Funktionen sprechen, sondern auch über die Meinungen der Nutzer. A bis Z sagt, das Gerät wird in einer praktischen kleinen Tasche geliefert, wodurch das Zubehör jederzeit greifbar ist. Die Zubehörteile sind alle gut brauchbar. Und Bra fügt hinzu, er ist leise und leicht. Diese positiven Bewertungen zeigen, dass der LanBlue Handstaubsauger stark nicht nur meine Meinung, sondern auch die anderer zufriedener Kunden teilt. Natürlich hat jedes Produkt auch seine Schwächen. Einige Kunden haben bemerkt, dass das Ausleeren des Behälters etwas mühsam sein kann und dass ein kleines Weserl für das Reinigen des Filters praktisch wäre. Ein anderer Kunde bemängelt, dass ein Teil der Anschlüsse bei der Lieferung fehlte. Trotzdem überwiegen die positiven Bewertungen und die meisten Kunden sind mit dem Produkt zufrieden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der LanBlue Handstaubsauger stark ein leistungsstarkes und vielseitiges Produkt ist, das Ihnen bei der Reinigung Ihres Hauses oder Autos helfen kann. Mit seiner starken Saugleistung, der kabellosen Funktion und den verschiedenen Reinigungsköpfen ist er ein praktischer Helfer im Alltag. Und mit den positiven Bewertungen von zufriedenen Kunden können Sie sicher sein, dass Sie eine gute Investition tätigen. Wenn Sie also auf der Suche nach einem Handstaubsauger sind, der Ihre Reinigungsaufgaben effizient erledigt, dann sollten Sie den LanBlue Handstaubsauger stark in Betracht ziehen. Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um das Produkt auf Amazon zu kaufen und unterstützen Sie mich dabei, weitere hochwertige Inhalte zu produzieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.